Den ganz großen Durchbruch schafft Montana Black mit dem Spiel Fortnite. Ein Spiel, das 2017 erscheint und Menschen weltweit vor die Spielekonsolen lockt. Durch das große Interesse an dem Spiel werden seine Streams... Mann, das war damals einfach geil. Ich hab's am Anfang gehatet, aber das war einfach... Dieses Fortnite war schon, auch wenn alles überschwemmt war mit diesem Spiel, das war einfach eine geile Zeit gewesen. Weil dieses Spiel damals waren auch noch nicht diese Überpros geboren, da war das noch geil, aber... Ey, ein bisschen vermisse ich die Zeit eigentlich, weil das war schon ein geiles Spiel. Das war schon ein mega geiles Spiel gewesen. ...s millionenfach angeschaut. Auf den Lama. Oh! Auf den Lama, Digga! Noooi! Vornein hat mir den Lamborghini bezahlt, den ich in der Garage stehen hab. Also, das war für alle ein finanzieller Segen. Ein Reichweiten... Ja, ein Reichweiten-Segen und im Umkehrschluss aber auch ein finanzieller Segen.